Auch ein leidiges Thema in Batch-Verarbeitungen. Ich baue mir irgendeine Hilfstabon zusammen, die ich dann abarbeite. Und die Hilfstabon hat halt, wenn ich sie gerade aufbaue oder zusammenbaue oder befülle, keine Statistik. Erzeuge ich sie mit Creatable Select oder mit Inside-Into-It-Select, kann auch Inside-Depend sein, ist egal. Dann rechne ich die Statistik beim Erzeugen mit, weil er hat die Daten ja eh schon in der Hand, er braucht ja nur mehr was machen. Die Daten er in der Hand hat, mit Rechner. Der Overhead, den er hat, ist marginal, ein paar Prozent gegenüber einer Över, aber ich habe dann sofort eine gültige Statistik. Und ich kann danach Zugriffe darauf wieder sinnvoll agieren. Statistikberechnung selber, wer hat Datenbanken mit Tabellen im hunderte Gigabyte Bereich? Kann er? Na doch, zwei, drei Hände. Was ist, wenn jetzt so große Tabelle eine Statistik braucht? Dann habe ich auf der Tabelle, wenn ich es entsprechend startet habe, mit Paralisierung sehr wohl mit mehreren Prozessen Statistik gerechnet. Aber bei denen ist es nicht. Das heißt, solche Tabellen haben typischerweise noch mehr wie ein Index drauf, sagen wir mal 10. Und das ist eh niedergeschätzt bei solchen Tabellen, weiß jetzt noch mehr. Dann hat er zwar die Tabellen relativ zügig Statistik gerechnet gehabt, aber für die Indizes, die er dann jeden Einzelnen gemacht hat, hat er viel länger gebraucht, als viele Tabellen. Jetzt ist das Statistikrechner mehr parallelisiert. Das heißt, was macht er? Er sieht, er hat eine große Tabelle, da kann er jetzt mit parallel, keine Ahnung, 8 drauf fahren. Macht es parallel. Und dann geht er und sagt, okay, da sind jetzt Ausnahme 10 Indizes drauf. Ich lese einmal 8 parallel. Der 1. fertig ist neben den 9. Der 2. fertig ist neben den 10. Und die 6, die dann fertig werden, machen schon die nächste Tabellen. Das heißt, er ist parallelisiert hier mehr. Ja, es kostet mich auf der einen Seite mehr Rechenleistung, auf der anderen Seite, ich werde jetzt sinnvoll fertig. Wir haben einen Kunden, der hat es nicht mehr geschafft, auf Produktivdatenbanken eine Statistik zu rechnen. Die ist ihm nie fertig geworden. Siebenmal 24 Stunden Betrieb, auf den größten Tabellen, auch wirklich ist das meiste DML. Ein Select kann stehen auf der größten Tabelle, hat keine Antwort mehr gebracht im Betrieb. Hat man die Applikation A-Draht, war die Antwort halt, wie lange es braucht, um durch das Therapeut durchzusäbeln, wie bei Primarkier. Warum hat er es in der Vorarbeit auch nicht geschafft? Weil es so viel geändert worden ist. Select statement braucht eine endliche Zeit, dass er immer mehr Mando hat suchen müssen. Wenn man so ein Select kann Stern auf der Tabelle gemacht hat und dann geschaut hat, wo werden die meisten Blöcke gelesen, waren es nicht auf dem Primarkier-Index, sondern in die anderen Segmente. Du hast ein Select kann Stern einfach hören, das hast du eine Stunde abbrochen, weil sie nicht zurückgekommen. Irgendwann wäre es zurückgekommen, kein Thema. Oder es wäre Snapchat old gekommen, was möglich ist. Hat keinen Sinn mehr gemacht. Und tut das Statistikrechnen sinnlos. Der Tebel-Statistik für die Tabelle, du kannst auf Urlaub gehen und sie wird mit Snapchat old fliegen. Was haben die jetzt gemacht und ausgedrungen, Datenbank mit Storchmitteln geklont, auf dem Klon der Statistik gerechnet, exportiert, importiert. Jetzt mit der Möglichkeit, das zu paralisieren, ist die Chance zumindest einmal größer, dass solche Leute das noch durchkriegen. Wird vielleicht auch nicht immer gehen, aber potenziell habe ich eher Chance, weil ich eben mit mehr Prozessen darauf arbeite. Und es wird in einer kürzeren Zeit fertig. Und der braucht immer das gleiche Andor für alle, die gleichzeitig essen. Und ich brauche es jetzt 17.000 Mal. Halt, Entschuldigung, waren wir nicht fertig. Enterprise-pflichtig, weil bei Realisierung ist Enterprise. Aber in der Enterprise drin. Statistik für Global Temporate Tables. Auch so ein leidiges Thema. Ich finde Global Temporate Tables, um etwas zu merken. Zum Beispiel Kanonk, Bestellungen von einem Kunden. Um halt schneller nachschauen zu können. Jetzt hat der Kunde einmal etwas bestellt, steht auch nicht drin. Ein Kunde, der täglich zehnmal etwas bestellt. In der IT nicht ungewöhnlich, wenn man bei einem Distributor für zehn Projekte zehnmal etwas bestellt am Tag. Dann ist die Liste, die da in der Temporate Tables kommt, vielleicht ein bisschen größer als einer, der selten bestellt. Das heißt aber, egal, wenn ich eine Statistik auf einer Temporate Tables gemacht habe, sie war immer falsch. Weil der Statistikrechen-Job hat natürlich etwas gemacht. Ich greife die Temporate Tables an. Wo ist sie generiert worden? In der Session, die das rechnet. Wenn es der automatische Job in der Nacht war, war die Temporate Tables mit Sicherheit leer. Das heißt, wenn man nachgeschaut hat bei Temporate Tables, die halt automatisch gerechnet wurden in der Nacht, war die Antwort immer, da ist nichts drin. Was halt dann zu Full-Dribble Scans, obwohl ich dieses Draufhagen geführt habe. Wenn man es manuell gerechnet hat, so in meiner Session, dann hat er das, was ich in meinem Ding drin habe, genommen. Hat das aber für alle abgespeichert. Das heißt, hat es einer gerechnet, der gerade zwei Records drinstehen hat. Und der andere hat halt so 100.000 Records drinstehen gehabt. Dann passt es ja wieder nicht. Es gibt nur eine Stelle in Oracle 11. Ich speichere die Statistik für das Objekt, das ist jetzt gültig. Das Neue ist, ich kann jetzt mit DBMS Stats in meiner Session, mit Scattertable Stats, Statistik rechnen. Oracle kennt, ah, das ist ein Global Temporate Tables. Ich merke mir das in meiner Session, ich speichere es nicht mehr zurück. Das heißt, zwei Leute, wieder unterschiedliche Dinge, ich muss jetzt bei beiden rechnen. Passt. Anderes nettes Feature. Histogramm, was es ist, weiß jeder so ungefähr. Das ist eine Verteilungsinformation von Spalten, wie sind Spalten verteilt. Oracle macht Histogramme, wenn ich es nicht irgendwie wegkonfiguriere, standardmäßig, dann, wenn ich verteile, ungleichmäßig ist. Beispiel, beim Primary Key wird nie ein Histogramm drauf sein. Sehr wohl aber bei Spalten wie Status, wo es halt eine ähnliche Anzahl von Stati gibt. Oracle kennt zwei Arten von Histogrammen in der Alpha. Das eine ist Frequency. Frequency war, wenn ich wenig verschiedene Werte hatte, zum Beispiel zehn Stati. Dann hat Oracle beim Statistikrechner einfach gesagt, der Status kommt sofort vor, der Status kommt sofort vor. Also wirklich genau auf die Zahl, wie oft der vorkommt. War die Anzahl der Werte größer als die Anzahl der Pakete, die sie gemerkt hat, also der Default 75, also mehr als 75 Werte. Dann hat er gesagt, ich kann es mir jetzt immer pro Wert merken. Ich mache jetzt eine komische Verteilung, nämlich eine Gleichverteilung. Er hat defaultmäßig 75 Pakete gebaut, wo gleich viele Rohs drin waren. Also wenn ich 75 Millionen Rohs habe, in jedem Paket eine Million Rohs. Und er hat sich immer den letzten Wert gemerkt. Okay? Das konnte jetzt theoretisch sein. Ich habe ein Paket gehabt, da waren 999.999 mal derselbe Wert. Und einmal ein anderer. Und er zufälligerweise, weil der andere, der letzte in der Grenze war, sie den gemerkt. Und hat dann ein Worst Case geglaubt, aufgrund der Anzahl der Distinktros, sind da zwei Werte drinnen. Jeder ist wieder in etwa gleich verteilt, was er dann nicht stimmt hat. Einer ist viel und einer wenig. Aber müsste es bis zu einem nur in 75 Zeilen betreffen? Da schon. Das ist nicht schlecht. Naja, aber ob ich weiß, ich brauche 500.000 von 75 Millionen oder ich brauche 1 von 75 Millionen, ist eine kleine andere Aussage. Das heißt, diese Statistiken waren zwar besser wie gar nichts, aber es hat zwar das letzte I-Tüpfelchen gefehlt. Und was es jetzt gibt, es gibt die Top Frequency. Frequency, das ist etwas, was ich manuell machen muss. Das kommt nicht automatisch. Wo einfach hergeht und sagt, okay, ich mache Frequency-basiert. Ich habe zum Beispiel 75 Werte, aber ich merke mir nicht, also ich habe 200 Werte, merkt man nur 75-niefaldmäßig. Dann merkt er sich eben, wie der Name sagt, die Top-Werte. Was sind die 75, die am häufigsten vorkommen? Und alle anderen gibt er halt, tut was inhaltlich dazu, keinen dazu. Ist schon einmal deutlich besser, muss er aber manuell anwerfen. Das andere, das Hybrid, ist die Ablöse vom Höhenbalancierten, nämlich um genau das Beispiel, was ich gesagt habe, zu umgehen. Er macht dann nämlich eine Mischung aus Frequency und Höhenbalanciert, kommt eben in seinem Baggerl, er wird sehr oft vor und der andere nicht, macht einfach aus, der dann nicht vorkommt, geht ins nächste Baggerl, der da häufig vorkommt, ist, ich merke mir genau wie viele. Das heißt, das Hybrid ist eine Mischung aus Frequency und Höhenbalanciert. Für die ganz, die die rausstechen, merke ich mir es wirklich einzeln und für die anderen merke ich mir es halt in Bereichen. Und das Hybrid ist Default. Da brauche ich nichts dafür tun. Das heißt, setzt mir einfach die alten Höhenbalancierten. Top Frequency mache ich dann, wenn die Anzahl der Werte, also ich muss manuell machen, wenn die Anzahl der... Nur die Top Frequency und keine Histogramme? Nein, es ist ein Histogramm, aber er geht gezielt her und sagt, was sind die Werte, die jetzt wirklich rausstechen. Wenn ich 200 Werte habe, was sind die 75 im häufigsten Vorkommen, für die merken wir es. Und die anderen sind halt dann potenziell weniger. Für die anderen sind dann gar nichts gemerkt. Er merkt sie nur, in welchem Bereich sie liegen. Dann macht er das normale Histogramm. Oder ich finde, das ist jetzt Hybrid. Okay, nein, kein Problem. Nochmal zurück. Das Top Frequency muss ich, wenn ich es haben will, manuell sagen. Das mache ich dann, wenn ich eben zum Beispiel 200 Werte habe. Das ist ein Frequency, wo er sich aber raussucht, was sind, wenn ich 75 Pakete mache, die Top 75. Und die nehme ich als Grenze. Das heißt, machen wir es von 1 bis 75. 1 kommt 2 selten vor 2 häufig. Was wird passieren? Er merkt sie, 2. Das 1 ist halt beim 2 dabei. Dann kommen 3, 4, 5, 6, 7 selten vor. Was hoffen kommt, ist 8. Man merkt es jetzt für 8 wieder. Und sagt, 3 bis 5 sind nicht 8 mit drinnen. Das heißt, er hat dann immer Wertebereiche. Und er weiß aber, was sind die Top-Werte. Und alle anderen weiß er dann im Unkehrschluss. Die sind eher selten. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel 10.000 verschiedene Werte habe, dann würde ich mit der Top-Frequency einfach viel zu unscharf werden. Und dort zieht dann quasi der Hybrid. Und der Hybrid zieht eben dann, wenn ich typischerweise ein paar hundert bis viele tausend Werte habe, wo er dann einfach sagt, was sind daraus wieder die Tops. Und versucht aber dann, versucht die Pakete einigermaßen gleich zu haben. Das heißt, wenn ich hinterher dann drei Tops habe, kann es schon sein, dass er zwei zusammenleckt wieder. Damit er eben in Summe gleich viele Pakete bekommt. Oder ähnlich viele Daten wie die Pakete bekommt. Das ist ein bisschen kompliziert. Können wir aber gerne, wenn es genau interessiert, nachher besprechen.